Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes The Awakened. Ja, in der letzten Folge sind wir zur Nervenheilanstalt gefahren. Leider habe ich den Übergang nicht mehr auf dem PC. Es ist nämlich jetzt Kapitel 3. Das Blöde ist nur, das hing an der alten Datei drin und ich hatte irgendwann mal die Datei gelöscht und hatte mir gedacht, die brauchen wir ja sowieso nicht mehr. Ja, und leider ist es jetzt auch nicht mehr aufgetaucht. Das tut mir wirklich sehr leid, aber der kleine Hinweis trotzdem, dass wir jetzt in Kapitel 3 sind. Ja, Dr. Watson, we received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? Hm, ja, ich denke mal. At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See, take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here. Yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it then. Everyone, your attention, please. Guten day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. My Jove. It cannot be him. Dieser Mann ist berühmt. Äh. Okay. Ja, wir müssen ihm ja helfen, ne? Ahem, right. Yes. I was surprised because that man is a celebrity. Yes, that's it. Very famous, Mr. Colby. I couldn't believe my eyes. No, 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 no. In my line of work, it can't wing. If you wish to recuperate, Dr. Watson, you may avail yourself of the guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby? From Northwood Agency? How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions. In the examination room. Look, professor. Unless you got any clues as to the whereabouts of... Awesome. There is no need to be enlightened. No one who gets into可以 took a night. Woo! Ha 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 ha! Na na, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Kolby. My methods are rather more delicate. Okay. Also ich fand es schon faszinierend, wie die komische Frau da die Spritze reingehämmert hat, ohne dass sie die überhaupt rausgedrückt hat. Das ist schon mal faszinierend zum einen. Und zum anderen, ja, was hätten wir tun sollen? Er wollte ja ganz offensichtlich hier als Insasse drin sein. Ihn zu verraten, hätte das Ganze natürlich nur schwieriger gemacht. Ja, jetzt sind wir hier in der Zelle. Was haben wir denn hier? Hat doch gerade was geflackert. Natürlich kann er sich einfach so frei bewegen. Naja, man weiß es nicht, ne? Durchgangszelle. Ja, wir sind durchgegangen. Untersuchungsraum. Okay. Block A. Hier können wir... Achso, wir brauchen auch gar nicht aufmachen. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir jetzt hin? Untersuchungsraum oder... Wir gehen jetzt erstmal dahin, würde ich sagen. Ist da irgendwo jemand? Nein. Rein zufälligerweise ist natürlich in dieser Psychiatrie, wenn man sie denn so nennen kann, niemand vorhanden. Ja, da laufen auch Leute rum. Achso, Rezeption. Okay. Schwarzes Edelweiß. Ich finde das übrigens auch sehr lustig, wie die in so einem komischen Denglich gesprochen haben. Also so einem komischen Deutsch-Englich eben. Ähm, aber da kann man anscheinend... Weil das ja auch so leicht möglich ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Hm, war da gerade was? Nein. Äh, okay. Hier oben scheint man auch nichts machen zu können. Also zur Rezeption will ich jetzt nicht unbedingt. Deswegen gehe ich erstmal nochmal nach unten. Ist ja schön, dass wir uns hier so frei bewegen können. Äh, Hannes Winkler. Okay. Lionel Reichert. Ja, die sind alle sehr verrückt geworden scheinbar. Ich bin der Groß-Napoleon. Sie sind nicht möglich! Sie sind nicht französisch! Sie sind nicht französisch! Ah! Napoleon Bonaparte? Der eine und einzige! König der Franzosen, der erste Konsul der Republik, der der Grande Armée! Als ich frei bin, und ich habe meine Revenge gegen die Guards, die mich zu ridiculieren, ich bin glücklich, in meiner Lieblings-Josephine. Okay, was habe ich da gerade gehört? Das finde ich nicht gut. Ähm... Medikamentenraum. Okay, dann suchen wir doch mal nach Hinweisen. Medikamente sind scheinbar nicht... Ja... Es war ja auch damals nicht so, dass man wirklich die Leute heilen wollte, sondern einfach nur studieren wollte, so wie das überliefert worden ist. Genau das, was er gerade gesagt hat. Es war nämlich meistens das Gegenteil. Oder vielleicht auch immer, ich weiß es nicht. So, die Frage ist jetzt nur, wenn er lieber die Geräte haben will... Da kann ich... Da kann ich... Achso... Ah... Okay... Okay... Nimm die mal mit, um da eventuell... die Alte mal flach zu legen oder so. Vierter Frosch... Sie können sich nicht waschen, doch ich schon. Das ist des Menschen Daseins Lohn. Der vierte Frosch ist sehr verdreckt. Was, wenn man ihn ins Wasser steckt? Luzi Dondrup geisterte umher. Bei der Wäsche gefiel es ihr sehr. Dort ist der vierte Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. Okay... Es klingt sinistisch, sogar für ein Ort wie dieses. Ich wundere, ob es mehr Frosch in dem Pond gibt. Patient Mauritius H. Diagnose. Manie. Dissoziation. Anmerkungen. Nach dem Vorfall mit den Pflegern wurde ein einwöchiges Heilfasten verordnet. Äh, das ist ja... Was hat ein Heilfast mit psychischer Gesundheit? Ja gut... Irgendwie kann sich das schon auswirken. Aber jetzt nicht so, wie die das so tun. Josephine erwähnen, damit er umgänglicher ist. Patientin. Marianna W. Diagnose Hysterie. Anmerkung. Die Dosis so lange erhöhen, bis ihr Kind vergessen hat. Oje. Selbst starke Benommenheit ist unter diesen Umständen hinnehmbar. Hm. Es klingt nach Verlust. Patient Nils J. Diagnose Nervenzusammenbruch. Anmerkung. Keine Besucher erlaubt. Alle für den Patienten eingehenden Briefe sind zu vernichten. Aha. Mhm. Isolieren. Und... Was war da? Ist jemand da? Hm... Sollen wir trotzdem reingehen? Ja, dann gehen wir halt nicht rein. Ist ja okay. Ähm... Wie war das mit... 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 Bei wem musste man... Oh, Moment. Wir können... Wir können noch was, äh... Äh... Gegenstände... Spritzen. Zugang zu... Track B... Äh... Track B blockiert. Das wäre dann eine Beobachtung für mich. Wotzensbesuch. Rachsüchtiger Patient. Ja, das ist auch seltsam. Kann man aber nicht machen. Okay. Kann man alle nicht machen. Ähm... Man kann es nur hier machen. Komisch. Ja, dass das nicht passt, war mir schon klar. Aber... Warum muss man das machen, damit das andere funktioniert? Das verstehe ich irgendwie nicht. Aber gut. Ähm... Haben wir denn soweit erstmal alles, was wir machen können? Das ist jetzt die Frage. Ja, mehr kann ich im Moment anscheinend nicht machen. Dann... Äh... Hier... Hm... Bei Maurizio und Josephine erwähnen. Ja, hab ich mir schon gedacht. Sollen wir denn nochmal mit ihm sprechen? Oder... Wahrscheinlich nicht. Okay, dann gucken wir erstmal hier. Ja. Ja. Okay. Okay. Okay, mit dem kann ich nichts machen. Mit ihr auch nicht. Mit ihr auch nicht. Das ist nur ein Lagerraum? Hä? Ach ne, Lagerraum zeigt er von links an. Okay. Da könnten wir aber theoretisch durch. Ja, können wir. Okay. Ja, können wir. Okay. Diesmal auch keiner drin. Sehr schön. Okay. Ist diesmal auch keiner drin. Sehr schön. Mhm. Mhm. Halt. Tja. Alles außer Köpfe, ne? Man weiß ja nicht, wofür das hier gedacht ist. Sagen wir es mal so. Na? 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 Mitteilung von Professor Becker, Professor Geigex. Äh, ich habe starke Verätzungen an meiner Hand davongetragen. Letztendlich die Folge ihrer unanschuldbaren Vorgehensweise bei Gerdas Behandlung. Meine darauf folgende Sitzung mit ihr endete, bevor sie überhaupt richtig begonnen hatte. Die arme junge Frau war so verängstigt, dass sie sich weigerte mit mir zu reden. Als ich versuchte, irgendwie zu ihr durchzudringen, begann sie damit, wild um sich zu schlagen. Dabei verschüttete sie eine chemische Substanz, die auf meine Hand geriet. Was sie Gerda angetan haben, wird sich nicht wiederholen. Sie sollten wissen, dass ich ihre Behandlungsmethoden für sie für die reinste Barberei halte. Wenn sie, wie sie so kühn behaupten, eines Tages an der Spitze meines Instituts stehen wollen, müssen sie meinen hohen Anforderungen gerecht werden. Enttäuschen Sie mich nicht noch einmal. Professor Becker, Leiter des Instituts schwarzes Edelweiß. Okay. Na, na? Gut. Für ihn ist alles interessant, was mich jetzt irgendwie interessiert hätte. Connolly. Es erscheint, dass alle psychiatrischen Klassiken hier hier verabschieden wurden. John Sallow, das Tulpa-Phänomenon. Ich bin bereits ein Experte. Ich bin bereits bereit. Gedankenmanifestation. Oh, eine Errungenschaft. Fünfter Frosch. Frösche können nicht töten, doch ich schon. Das ist des Menschen Daseins Lohn. Der fünfte Frosch. Er war ein Narr. Er war sich meiner Macht nicht gewahr. Timothy Camillerie liegt tot im Track B. Was? Er nahm meine Pillen und sagte Ade. Dort ist der fünfte Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. Okay. Ist das vielleicht irgend so ein Psycho, der hier rumläuft und die ganzen Leute killt oder sowas? Stand das jetzt in Track B? Waren wir nicht in Track B? Irgendwie sagt man das jetzt was. Geh schau mal! Das war's für ein Schmerzt. Das war's für ein Schmerz. Geh schon mal. Speiseöl, okay. Okay, haben wir denn hier alles? Ich glaube, ja, ne? So, Moment, das war jetzt Lagerraum. Medikamentenraum. Untersuchungsraum. Ach ne, Block A, das war das, was ich gelesen hatte. Das Problem ist nur, wie kommen wir jetzt an dem Typen hier vorbei? Ich hab die Spritze, ich weiß nicht. Okay, anscheinend kann man ihn nicht mit der Spritze lahmlegen. Schade. Dann würde ich sagen, gehen wir erst mal nach oben. Ich weiß nur nicht, ob das so gut ist, wenn wir jetzt da durchgehen, weil da ist die Rezeption. Naja. Blockiert der Weg nach oben. Das ist auch... Oh, ich dachte gerade, da ist jemand am rumschweben. Das ist auch blockiert. Fünfter Frosch. Wäsche. Das können wir ja mal... Alte Fotografie. Eine vom Zahn hat Zeit gezeichnete Fotografie. Im Lagerraum befindet sich ein Speiseaufzug. Ja, den können wir ja leider nicht benutzen, nehme ich mal stark an. Ist denn... Wir hatten doch eine Sache neu. Ähm. Okay, das war's nicht. Gegenstände. Wie kann der Pfleger... Oh, nein. Ich könnte den Pfleger mithilfe einer provisorischen Blasrohrs aus sicherer Entfernung betäuben. Vielleicht eignet sich ja eines der Rohre aus dem Lagerraum dafür. Nein. Oh. Okay. Ja, so weit habe ich jetzt nicht gedacht. Ich hatte mich zwar noch gewundert, warum, äh... der so interessiert an den Rohren ist, aber... Okay. Ich meine, wo waren die Rohre? Hier drin, ne? Nee, ich will das mitnehmen. Hallo. Ich schütze weiß. Aha. Macht der das jetzt... Wie, Ermittlungsort abgeschlossen. Hä? Und warum habe ich jetzt so einen roten Bart? Ich sehe aus wie so ein Clown. Was ist denn das bitte für ein... für ein... für ein... für ein... für ein Grafikfehler. Ähm. Ja. Ich muss den Typen jetzt... Jetzt weiß ich aber nicht, ob ich jetzt noch die Spritze mit dem Blasrohr kombinieren muss. Zum Beispiel. Ihr macht das schon selbst, ja? Ja, ja, ja. Geh hoch wieder. Geh ein bisschen hoch. Geh hoch. Er hat tatsächlich die Spritze da reingemacht. Okay. Ähm. Gut. Ich glaube, ich habe einen Frosch gefunden. Nee. Erster Frosch. Frische können nicht denken. Doch. Ich schon. Das ist der Menschen... des Menschen-Daseins-Lohn. Der erste Frosch ist mein erster Versuch. Sein Gehirn will ich lesen, wie ein Buch. Hannah Pollard stand vor dem Loch in der Wand. Doch dann hat ein Ziegel sie übermannt. Dort ist der erste Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. Okay. Aber das hört sich wirklich so an, als ob da einer umherläuft. Ähm. Abgesehen davon, dass der das Ding falsch angezogen hat, weil er mit den Beinen durch den Mankel durch ist. Wo ist denn der Typ jetzt hin? Hat der den jetzt hier in den Schrank gesteckt oder was? Hä? Oder hat der irgendwo in eine Zelle verfrachtet oder so? Hä? Logik Fehler. Game-Sünden. Bitte aufpassen. Manufakturiert und packaget hier. Okay. Das ist die gleiche Narkotik-Substanz, die wir in London gefunden haben. Okay. Brief an Mr. Schnitzer. Herr Schnitzer. Ich möchte Ihnen hiermit versichern, dass Ihr Sohn bei uns in guten Händen ist. Seine unverhofft auftretende psychische Störung ist in unserem Institut behandelbar. Gewiss liegt Ihnen das Wohlergehen Ihres Sohnes ebenso am Herzen wie mir. Und ich bin zuversichtlich, dass unsere gemeinsamen Bemühungen zu raschen Heilerfolgen führen werden. Die Unterbringung unserer Arzneimittel in Ihrer Lagerhalle ist dabei von großer Wichtigkeit. Wenn es Ihnen gelingt, die Aufmerksamkeit der Behörden von dieser kostbaren Fracht abzulenken, steht einer baldigen Genesung Ihres Sohnes nichts im Wege. Und Sie werden ihn wieder gesund und munter in die Arme schließen können. Mit freundlichen Größen Professor... Guy Gags. Oder so. Das erinnert mich übrigens wieder daran, dass ich zuletzt einen Trailer von einem Film gesehen habe. Oder eigentlich war es mehr eine Zusammenfassung. Wo eine Frau in die Psychiatrie gesteckt wurde gegen ihren Willen. Und dann festgestellt hat, dass da noch ganz viele andere Frauen drin waren. Die auch alle gegen ihren Willen in die Psychiatrie gesteckt worden sind. Und wo sie dann aber auch festgestellt hat, dass die gar nicht irre waren, die meisten davon. Okay, irgendeiner raut anscheinend gegen die Tür. Der vierte Frosch. Geist dich umher. Haben wir jetzt aber nichts Neues, was wir jetzt hier irgendwie... Oh Gott, das ist so... I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda? Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I merely... I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Hm. Jetzt ist Gerda wieder ganz ruhig. Ähm... Heidi erwähnte eine gewisse... Gerda erwähnte eine gewisse Haie, die diese musste offenbar unvorstellbare Grausamkeiten über sich ergehen lassen. Ihr sollen die Augen ausgestochen und die Hände abgeschnitten worden sein. Ja. Was war denn jetzt das nochmal mit dem... Äh... Das sind alles die Frösche. Was war das nochmal mit diesen Rädchen? Ich weiß es gar nicht mehr. Kann man hier... Ich kann nur Hinweis entfernen. Ich meine, da war was Grünes. Können wir da denn irgendwas machen noch? Ne, da kann man auch nichts mehr... Okay. Oder hatte das was hier mit zu tun? Weil da ist irgendwie gerade was Grünes aufgeflimmert. Aber ich bin mir nicht sicher. Nur für Befugte. Schauen wir doch da mal rein. Ermittlungsort gefunden. Sehr schön. Genau. Ich wollte gerade sagen, ich würde nur gerne hier den noch machen. Also, Wäscherei. Oh, Moment. Da ist noch ein Frosch. Dritter Frosch. Frösche können nicht träumen, doch ich schon. Das ist des Menschen-Daseins-Lohn. Im Traum eines Frosches nur Leere steckt. Daher habe ich den dritten Frosch geweckt. Petr... Titschatschek oder sowas. Er stickt unter seinem Kissen. In der Durchgangszelle musst du wissen. Dort ist der dritte Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. Er stickt unter seinem Kissen. Also, im Endeffekt ist es genau das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Es hört sich so an, als ob da einer rumläuft und die Leute umbringt. Und? Aha. Nordafrika, hm? Die sollen jetzt alle verbrannt werden, nehme ich mal an. Okay, Moment. Okay. Die Frage ist jetzt, ich würde natürlich auch gerne noch die anderen Räume hier untersuchen. Ich hoffe, ich werde jetzt hier nirgendwo erwischt oder so. Oh Gott, das ist so weitläufig. Moment, hier ist was. Auf Georgisch geschrieben. Okay. Okay. Medizinische Versuchungsergebnisse. N4. Alter, junge, erwachsener. Geschlecht, männlich. Nationalität, niederländisch. Ergebnis, eine willensschwache Versuchsperson, die bereit ist, für Belohnungen zu tun, was man ihr sagt. Kräftige Statur, daher folgende Dosierung angewandt. 0,4 Milligramm. N5. Alter, erwachsener. Geschlecht, männlich. Nationalität, rumänisch. Ergebnis, die Versuchsperson leistete wiederholt Gegenwehr, weswegen im Vorfeld eine Verabreichung herkömmlicher Beruhigungsmittel nötig war. Sobald sich die Person beruhigt hatte, reichte die Minimaldosierung aus 0,2 Milligramm. Ja, weil der wahrscheinlich so clever war und sich nicht mehr gewehrt hat. N6. Alter, junger, erwachsener. Geschlecht, männlich. Nationalität, AINU. Oder so. Ergebnis, aufgrund unverständlichen Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der schmächtigen Statur reichte eine geringe Dosierung aus 0,2 Milligramm. N7. Alter, junger, erwachsener. Geschlecht, männlich. Nationalität, Maori. Ergebnis, aufgrund unverständlichen Gebrabbels als geisteskrank eingestuft. Wegen der überdurchschnittlichen Größe war eine entsprechend hohe Dosierung nötig. 0,8 Milligramm. Das könnte der eigentlich gewesen sein, oder? Wir suchen noch einen, der sehr groß ist. Zusammenfassung. Alle Versuchspersonen sind in guter körperlicher Verfassung und unabhängig von ihrer ethischen Zugehörigkeit oder Sprache gefügig. Weitere Versuche sind erforderlich. Naja, das hättet ihr vorher schon klar sein müssen, Sherlock. Okay, hier scheint aber nichts drin zu sein. Da ist was drin. Etwas ragt heraus. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe aber wieder... Ähm... Ähm... Nee, noch nicht genug. Achso, das ist jetzt zum Reden. Sehr schön. Moment, war das denn das Richtige, was... Nee, nee, das ist noch gar nicht angeheftet. Nee, doch. Hä? So, jetzt ist es auf jeden Fall angeheftet. Ähm... Das ist jetzt auch nichts. Okay. Moment, von da sind wir gekommen, ne? Das heißt, wir können hier auch nochmal gucken. Blut von oben aufgeschlagen. Es fehlt aber noch ein drittes. Verfärbung, starker Knochenko. Okay. Zweiter Frosch. Frösche können nicht wählen, doch ich schon. Das ist des Menschen-Daseins-Lohn. Der zweite Frosch erwärte sich kaum. Perplex war er. Das hielt ihn im Zaum. Abigail, immer Ziel, war blutüberströmend. Beim Untersuchungsraum, der nun ist verpönt. Dort ist der zweite Frosch gestorben. Das schwarze Edelweiß ist sein Grab geworden. Ja, ich war gerade auf dem Weg, da hoch zu gehen. Darf ich mal? Okay, und da noch was? Also wie der Riese, ja. Jetzt war das eine hier, ne? Muss aber doch noch irgendetwas anderes drin sein. Irgendwas, was ich hier gerade nicht finden kann, weil ich hier wieder nicht richtig amüsieren kann anscheinend. Ah, jetzt. Das ist das gleiche Design, als der von London. Dieser Reise war prolongiert und perlös. Ja. Äh, da. Ich meine, ich doch, da war doch noch was. Kratzer, abgebrochene Fingernägel. Okay, wir können jetzt durch die Tür gehen. Ich weiß jetzt nicht. Das ist der zweite Frosch. Ansonsten. Das heißt, wir haben jetzt theoretisch alles, was wir hier eingeben können. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das richtig ist, aber ich schaue natürlich mal. Da haben sie jemanden mit reingeschmuggelt. Ne, das ist natürlich Blödsinn. So. Na, komm. Das heißt dann wohl, die haben die Leute da rausgeholt. Äh. Die waren schon tot. Also der, der jetzt da hinten hochsteht, die war ja schon komplett tot, so wie ich das verstanden habe. Bei ihm bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, ob der jetzt auch schon tot war. Ich lasse das erstmal so. Ansonsten nehme ich die Variante mit dem, dass er komplett tot war. Das könnte sein, wenn das die Frau ist, die jetzt am Boden lag. Das nicht. Das aber eigentlich auch nicht, aber... Äh. Aber warum ist dann der Wagen da hinten? Also ich würde sagen, das müsste richtig sein. Äh. Äh. Sehr schön. Also, da können wir jetzt aber auch nicht raus, so wie ich das jetzt verstanden habe. Da will er wahrscheinlich auch gar nicht raus. Wir müssten auf jeden Fall noch gucken, was mit den Fröschen ist. Moment, einmal war das mit der Fröscherei, wollte ich gerade sagen, mit der Wäscherei. Ähm, da muss ich mit ihr noch drüber reden. Und was war das andere hier? In der Durchgangszelle. Äh, wie gelbe Blut überströmt, Untersuchungsraum. Aber im Untersuchungsraum waren wir schon. Den Frosch haben wir, glaube ich, schon gefunden, oder? Vor dem Loch in der Wand. Liegt tot in Track B. Also, bei der Wäsche. Das hatten wir auf jeden Fall schon mal. So, wir machen jetzt mal eins nach dem anderen. Also. Äh, liegt tot in Track B. Wo war jetzt genau Track B? Jetzt muss ich mal schauen. Track A sind wir ja drin gewesen. Oh, Moment, da ist noch was. Riecht nach Bittermandeln. Leer. Okay. Der muss doch da drin sein, oder? Oder hinten laufen Leute rum. Okay, ja. Hier ist anscheinend nichts. Laufen auch wieder Leute rum. Da können wir nichts mitmachen. Was ist hier mit? Da kamen wir her, oder? Ja, genau. Dann schaue ich noch mal eben. Aber wir sind, glaube ich, nach links gegangen. Da sind auch wieder Leute. Wieso sind da jetzt Leute? Ich dachte, vorher waren da gar keine. Ähm. Gut, Moment. Wo war jetzt die eine? Die war doch hier, ne? Dann müssen wir das am besten mal eben machen. Ich werde sie bezahlen, was sie gemacht haben, zu Heidi. Ich glaube, ich habe gefunden, deine Freundin. Heidi! Oh, poor Frau. Was haben sie gemacht? Shh. Es ist alles gut, jetzt. Alles wird alles gut. Bitte, Gerda. Jetzt habe ich gefunden Heidi. Ich brauche etwas Hilfe von dir in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? Äh, okay, ähm. Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch, Gygax. But I haven't heard his voice for a long time. Too bad. He was nice. Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. How did you end up in Block B? The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Tell me all you know about those funny talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. Okay, aber sie sagt jetzt selber, das hier ist, äh, Trakt B. Das heißt, war das jetzt das hier? Äh, ne, das war Ziegelstein. Bäsche. Liegt tot in Trakt B. Er nahm meine Pillen und sagte Ade. Ach so, das... Ah, Moment, das ist jetzt quasi abgehakt, weil das kann ich jetzt nicht mehr dran machen. Und das andere ist bei der Wäsche. Moment, dann gehen wir nochmal zurück zur Wäsche. War die jetzt, äh... Ne, Moment, die Wäsche war ja da, wo wir herkamen eben. Nur für Unbefugte, äh, nur für Unbefugte, genau. So. Fäsche. Ah, jetzt verstehe ich das. Es geht gar nicht unbedingt um Frösche. Heißes Wasser, etwa drei Fuß tief. Mhm. Okay. Dann. Das war dann das hier, ne? Genau. Dann haben wir hier noch, äh, sein Gehirn stand vor dem Loch in der Wand. Doch dann hat ein Ziegel sie übermannt. Boah, Loch in der Wand, in der Durchgangszelle. Durchgangszelle. Moment, da waren wir doch ganz am Anfang, oder? Ich meine, da stand irgendwas mit Durchgangszelle. Oh. Ich war's nicht. Äh, drum, drum, drum. Irgendwo hier vorne. Durchgangszelle. Das ist der Untersuchungsraum. Hier die Durchgangszelle. Hier die Durchgangszelle. Blut in den Kratzspuren. Blut des Mörders. Okay. Sehr schön. So kann man's auch machen. Moment, dann haben wir noch zwei Stück. Was ist das? Profil des Mehrfachmörders. Da kommen wir gleich noch zu. Ähm, beim Untersuchungsraum. Untersuchungsraum, der ist doch oben. Geben wir da auch nochmal hin. Ach so, hier direkt. Was einem vorher nicht alles nicht aufgefallen ist. Hinkt mit dem linken Bein. Mhm. Okay. Das heißt, wir haben jetzt nur noch eins. Und zwar... Loch in der Wand. Loch in der Wand. Ich glaube nicht, dass es hier oben ist, aber bevor ich jetzt hier nochmal zurücklaufen muss. Hier ist auch kein Loch in der Wand irgendwo. Loch in der Wand. Stand vor dem Loch in der Wand. Doch dann hat sie ein Ziegel übermannt. Also theoretisch müsste der das ja jetzt so zeigen. Aber hier, das hatten wir schon abgeschlossen. Dürfte eigentlich nichts mehr sein. Schauen wir nochmal. Weil das würde ich schon gerne noch gelöst haben, zumindest. Ist auch kein Loch in der Wand. So, jetzt ist die große Frage. Da können wir nicht rum. Ah! Moment. Handabdruck ausgerungenem Bricht. Okay, Profil des Mehrfachmörders. Er fühlt sich anderen Menschen überlegen und lebt seine Machtposition auf Kosten seiner Opfer aus. Diese bezeichnet er als Frösche und stellt sie sich offenbar als seine wissenschaftlichen Versuchsobjekte vor. Er plant seine Morde im Vorfeld und wählt jedes seiner Opfer nach bestimmten Gesichtspunkten aus. Den Tatorten nach zu urteilen, arbeitet der Mörder in der Heilanstalt oder hat dort gearbeitet. Ja, cool. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Sehr schön. Äh, Watson hält sich nun in einer der Räume auf. Ja, das ist toll. Bringt mir das was. Mal anheften. Ja, das andere ist ja quasi abgeschlossen, ne? Hallo, bleibst du mal stehen? So, die Spur von Dirty Summers und den entführten Personen brachte uns in das Schweizerische Institut. In der Nähe des Hintereingangs muss ich irgendwo eine Geheimtür befinden. Meinen die jetzt die, die wir gefunden haben? Oder welche meinen die jetzt? Da gehen wir nochmal kurz hin. Was soll ich mal kurz sagen? Äh, drum, 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 war das hier? Ne, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen. Wieso bin ich jetzt zurückgelaufen? Hä? Ich wollte hier durch. Ach nee, dann sind wir, genau, dann sind wir bei nur für Befugte rein. Und dann hier hoch. Okay, dann war es hier hoch. Die Frage ist jetzt nur... Ist das jetzt wieder was Neues? Zugeschweißt. Okay. Da müssen wir jetzt aber so nichts mehr... nichts mehr machen, oder? Ja. Ja, anscheinend ist das nicht mit damit gemeint. Aber gut, ich würde sagen, da die Folge jetzt sowieso schon so irre lange geworden ist, dass ich aber unbedingt das mit den Fröschen gelöst haben wollte, wenn ich ehrlich bin. Machen wir hier erstmal einen kleinen Cut. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter, obwohl ich noch nicht so genau weiß, was die jetzt damit meinen. In der Nähe des Hintereingangs. Es kann natürlich sein, dass die genau das Gegenteil meinen. Also sprich da, wo wir angefangen haben, dass da irgendwo, dass wir da hin müssen. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir werden uns auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen umsehen und hoffentlich dann auch bald wieder hier rauskommen. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren. Ich brille dir einfach nicht. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.